Dass sich viele prominente Damen unters Messer legen, um ewig jung auszusehen, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr – auch wenn es nur die wenigsten zugeben. Einige Damen in Hollywood, aber auch in Deutschland, haben bei ihren natürlichen, großen Brüsten oder vollen Lippen nachgeholfen. Jedoch hätten wir von diesen Modeln niemals erwartet, dass sie dem Beauty-Wahn verfällt. Die Rede ist von Heidi Klum. Das wohl bekannteste Model aus Deutschland schockiert in seiner Instagram-Story mit einer offensichtlichen Veränderung. Als sie ihre FFP2-Maske abnimmt, kommen zwei XXL-Lippen zum Vorschein. Heidi ist kaum wiederzuerkennen. Hat sich das ehemalige Victoria-Secret-Model wirklich unters Messer gelegt? Fans der GNTM-Jurorin können aufatmen. Heidi hat sich nicht operieren lassen. Die vierfache Mama hat ihre Follower mit einem sogenannten Beauty-Filter, der die Lippen optisch vergrößert, nur auf den Arm genommen. Aber die 48-Jährige hat sich in ihrer Instagram-Story nicht nur einen Spaß erlaubt, sondern vermutlich auch ein kleines Detail für das anstehende Germany's Next Topmodel-Finale gespoilert. Offensichtlich ist die in Amerika lebende Jurorin dieses Jahr wieder live beim großen Finale dabei. In ihrer Story zeigt sich die gebürtige Bergisch-Gladbacherin am Flughafen. Letztes Jahr konnte Heidi Klum aufgrund der Corona-Krise nicht bei der Verkündigung des Germany's Next Topmodel 2020 dabei sein. Aber der TV-Star reist natürlich nicht allein. An seiner Seite ist Ehemann Tom, der die schöne Blondine augenscheinlich auf ihrer Reise nach Deutschland begleitet. Vielleicht hat der Musiker im diesjährigen Finale ja auch wieder einen Auftritt. Wir sind gespannt!